Liebe Große und vor allem liebe kleine Klassikfreunde, es ist fast schon so weit. Weihnachten steht vor der Tür, die vierte Kerze leuchtet am Adventskranz. Wir werden sehr bald viele schöne Stunden mit unseren Familien zusammen verbringen. Dazu werden wir auch viele Köstlichkeiten auf dem Tisch haben, zum Beispiel Plätzchen oder Lebkuchen. Und dazu servieren die Bremer Philharmoniker und ich Ihnen die passende Musik, die Suite aus der Oper Hänsel und Gretel von Humperding. Dazu alles Gute und Weseu Borzic. Hänsel und Gretel von Humperding 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020